Großbrand in Hamm, Ascheregen in der Stadt, Spielplätze werden gesperrt. Eine Lagerhalle in Hamm steht in Flammen und sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Asche regnet auf die Stadt nieder. Update vom 6. Oktober, 7.12 Uhr, wichtige Warnung für die Anwohner im Bereich des Großbrandes. Die Feuerwehr warnt vor einem Ascheregen im Stadtgebiet. Besonders betroffen ist der nordöstliche Bereich der Einsatzstelle am Galberger Weg. Großeinsatz in Hamm, Industriehalle in Flammen, riesige Rauchsäule, Bericht über den Großeinsatz, Hamm-Süden, Großeinsatz für die Feuerwehr Hamm, am späten Donnerstagabend, 5. Oktober, brach in einer Lagerhalle am Galberger Weg ein Feuer aus. Das Gebäude im Hammersüden steht lichterloh in Flammen. Mehrere laute Explosionen waren zu hören. Am späten Abend kam es zu einem verheerenden Industriebrand auf dem Galberger Weg. Die riesige Industriehalle, die einer örtlichen Obst- und Gemüsehandelsfirma gehört und vor Ort für das Schneiden und Verpacken von Gemüse und Früchten verwendet wird, wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Brand wurde gegen 23.30 Uhr entdeckt, als etwa 15 Mitarbeiter damit beschäftigt waren, Reinigungsarbeiten in der Halle durchzuführen. Mehrere Zeugen berichteten, dass das Feuer im Stromverteilerkasten einer Fertigungsstraße für den Salatzuschnitt ausbrach. Die Brandursache deutet auf einen Defekt hin, was jedoch noch von den Ermittlungsbehörden bestätigt werden muss. Die Feuerwehr wurde zunächst zu einer Brandalarm gerufen, der durch die automatische Brandmelderanlage ausgelöst wurde, wie es in Hamm beinah täglich vorkommt. Doch schnell wurde klar, dass es sich um ein gravierendes Feuer handelte. Die Leitstelle erhöhte die Alarmstufe sofort auf Feuer 3, was die umgehende Mobilisierung von über 110 Einsatzkräften erforderte. Großeinsatz in Hamm – Feuerwehrkräfte im Kampf gegen die Flammen Die Feuerwehrkräfte kämpften die ganze Nacht über gegen die Flammen an. Dutzende Meter Schläuche zogen sich durch die Straßen des Industriegebiets, und mit Hilfe von drei Drehleitern und mehreren fest installierten Glöschmonitern auf den Tankglöschfahrzeugen wurde Wasser abgegeben, um die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehr Hamm erhielt auch Unterstützung aus der Luft durch die spezielle Einheit Drohne, die wichtige Informationen an die Bodenkräfte übertrug. Die Feuerwehrmacht